Die ganze Schweiz isst Zweifelchips. Naja, fast. Eine ganze Generation probiert immer häufiger gerne auch mal. Hm, genau so haben wir auch geschaut. Tradition, Qualität und Geschmack sind nicht mehr genug, um im Lifestyle der Gen Z eine relevante Rolle zu spielen. Aber was ist denn dann relevant? Das haben wir die Gen Z einfach gefragt. Aber anstatt alle in einen Topf zu werfen, haben wir sie als das angesprochen, was sie sind. Die erste Generation, die Diversität wirklich liebt und lebt. Zusammen mit sechs Creators konnten wir mit ganz unterschiedlichen Communities ins Gespräch kommen und somit der neuen, diversen Generation für eine neue, diverse Welt, Yours kreieren. In den Communities wurden hunderte Flavor-Ideen vorgeschlagen, diskutiert und wieder verworfen. Jede Community wählte Favoriten, die von den Creators bei Zweifel mit Experten und Expertinnen im Prototyp wurden. Bei besonderen Tastings und Samplings konnten sie dann erstmals probiert werden, während die finale Abstimmung auf dem Hub blieb. Aber nicht nur beim Geschmack, auch beim Style zählt für junge Menschen Verwirklichung und Diversität. Deshalb konnten alle im eigens entwickelten Design-Ton Packungen gestalten und so Yours prägen. Über 1200 Designs wurden eingereicht. Eine Jury, bestehend aus Community-Mitgliedern und Design-Fachleuten, kürte die drei Gewinner-Designs. Yours war geboren. Und der Beweis, dass Divers einfach mehr kann, erbrach. Denn in der Zielgruppe kennt bereits jede zweite Person Yours. Und das nach nur zehn Monaten. Die Kampagne hat den Nerv der Zeit getroffen. 73% der Gen Z fühlen sich abgewohnt. Und nicht nur wir sind Fans. Das Sieger-Video hat über alle Kanäle hinweg 1,23 Millionen Views gekriegt. Und die bereits sehr hohe Markenbelebtheit von Zweifel stieg bei den Jungen dank Yours um ganze 12% Punkte. Yours ist ohne Zweifel ziemlich gut geworden.